Ja, jetzt rechtzeitig auf jeden Fall an Weihnachten denken und noch mit ein wenig günstiger Deko eindecken oder auch zum Beispiel für kleine Wichtelgeschenke oder Geschenkanhänger diese Artikel verwenden. Hier zum Beispiel ein wunderschöner Komet. Gold gilt sein. Davon gibt es nur noch wenige Restposten. Hier haben wir zum Beispiel ein dreiteiliges Set. Das sind kleine Engelchen auf Schaukelpferden. Die sind aus Kunstharz. Passend aus der Serie gibt es dann zum Beispiel auch diese lustigen Weihnachtsmänner oder Santa, wie wir immer sagen, fertig verpackt. Das ist ein Zweierset. Kann man so an eine Stabkerze hängen. Ja, dann gibt es noch ein zweiteiliges Set, das jetzt bestellbar unter der Nummer 291616 in unserem Online-Shop für nur sagenhafte 1,30 Euro. Also ganz toll auch als Kleinigkeit zum Verschenken oder zum Geschenk dazu. Es gibt auch kleine Engelchen. Das sind Blumentopfhänger, so nennen wir die. Die werden an einen ganz normalen Keramiktopf dann eingehangen und machen das ganze Gesteck dann einfach weihnachtlicher. Ja, bestellen könnt ihr die ganzen Artikel auf www.bastelposten.de und hier bieten wir euch immer je nach Jahreszeit auch die passenden Dekoartikel sowie eben auch Perlen und Schmuckzubehör. Ja, schaut einfach vorbei. Lasst euch begeistern und holt euch als Neukunde den 5 Euro Einkaufsgutschein.